Hallo und herzlich willkommen bei Plants vs. Zombies Teil 2. Wir machen Level 1,20 und ich bin gespannt, was uns... Oh nein, nicht wieder so ein... Doch, überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Und weiter vorne hättet ihr sie wirklich nicht aufstellen können, oder? Ja, doch, da ist noch ein bisschen Spielraum. Warum nicht gleich ganz vorne in die erste Reihe stellen? Danke vielmals, liebe Entwickler. Das Level wird echt hart und ich glaube, wir brauchen einen Drachen auf jeden Fall rein. Und Eis für den Fackelträger. So, und dann kann es eigentlich schon losgehen. So, die produzieren auch gleich schon richtig schön hier Pflanzen. Ähm, wie soll ich es am besten schützen? Ich würde sagen... Okay, die kommen schon mal auf der richtigen Reihe. Dass ich sag, da oben bauen wir Steine da davor. Hier bauen wir Drachen da davor. Damit die das Ganze so ein bisschen abschätzen. Okay, hier brauche ich auch nochmal einen. Einmal extra, danke schön. So, dann nochmal einen Drache rein. So, dann können wir hier wieder einen Steine da davor machen. Und jetzt Daumen drücken, dass die nicht durchkommen. Manchmal nicht so schnell. Ja, und der macht schon richtig Ärger hier. Ja, klar. Hier auch. Da brauchen wir auch nochmal einen extra. Ähm, hier unten bräuchte ich auch nochmal einmal. Und da kommen schon die bösen Jungs. So, hier bitte einmal Steine. Okay, sehr schön. Wir haben einen Schutz reinbekommen. Ich baue ihn mal rein, solange wir noch keinen Kamelflage irgendwie sehen. Baue ich den Laser mal hier hin. Ich mache hier auch nochmal einen extra. Bräuchte jetzt nochmal einen Steine. Danke, da ist mein Steine. Und da ist der Professor. Oh, zu spät. Ja, klar. Komm. Mach mich fertig. Dankeschön. Oh, warum erst so spät? Ähm, da unten kommt ein Kamelflage. So, hier nochmal ein Steine wieder hin. Und ganz unten kommt auch ein Kamelflage. So, ich bräuchte etwas Sonne. Bauen wir nochmal eine auf. Und da kommt schon wieder der Professor. Auf den immer achten. Man muss hier in dem Level, muss man echt auf alles achten. Die dürfen mir auf keinen Fall die Steine da oben weghauen. Und gleichzeitig möchte ich natürlich nicht, dass... So, hier noch. Ja, noch. Nein. Jetzt kommt er. So, irgendwas wurde gefressen. Okay, einmal Rettungsschlag. Okay, da oben sind einige Starke. Ich brauche hier unbedingt noch etwas Sicherung rein. Oh, nicht da. Du wirst ja wohl da nicht jetzt hier anfangen zum Fressen. War es das schon? Oder kommt noch was? Den froschen wir auch einmal noch ein. Dann geben wir eben noch ein bisschen was zum Fressen, bis unsere Pflanze fertig ist. Dankeschön. Kommt jetzt noch ein großer? Oh. Nein, wir haben es geschafft. Huh. Spannend. Gut. Wir haben es geschafft. Das war Level 1,19. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, 1,20 sogar. Entschuldigung. Ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Plants vs. Zombies. Und dann kriegen wir hoffentlich endlich den Sonnenbonus am Anfang. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.